so und heute zeige ich euch mal das aktuelle angebot hier im stillen verkäufer hochsaison sozusagen im juli und wir haben massenhaft zuckinis hier haben wir jetzt ein paar kukurzellen zuckinis runde zuckinis habe ich auch noch aber jetzt im augenblick hier keine im programm dann haben wir diese bombastischen rote roten beeten und bündelweise kleine gurken und die großen langen berliner aal grün gurken die kommen dann demnächst und wie gehabt haben wir bücher und irgendwo hier hinten versteckt sich unser saatgut das ist hier im augenblick das programm das sommerprogramm und ja würde mich freuen wenn ihr ein oder andere mal vorbeischaut wenn er sich hier irgendwo um harz rum treibt hier auf wanderschaft oder was auch immer ist kommt mal her probiert mal schnackt ein bisschen und dabei könnt ihr euch gleich den garten angucken und das war es dann eigentlich auch schon von mir mit diesem kleinen update vom verkäufer und ich wünsche euch noch weiterhin einen schönen sommer bis denn schnackt ein bisschen